Aber es kann doch nicht sein, dass ich so oft in die Luft fliehe. Oh ne, hier ist Krabbel. Ich glaube es ist deswegen, weil die... Warte mal. Ach ey, ich hatte Angst. Ich kann doch mal kurz das Video weiter. Ja. So, jetzt sind die rote Striche frei, das heißt ich könnte jetzt eigentlich die Query platzieren, bitte sag mir, dass das so ist. Du hast es direkt an den Landmark gesetzt, gell? An die Ecke, ja genau. Also davor, meine ich. Davor muss es entstellt. Ja, ja, es geht aber nicht. Ja, das ist vielleicht völlig zu groß. Aber ich muss jetzt googeln die maximale Größe. Dafür muss ich mich kurz einbauen. So. Jetzt muss ich kurz googeln. Wiki. The Cry. Was die maximale Größe ist. Am Maximum auf 64 x 64. Ich habe aber nicht 64 x 64, ich habe weniger sogar. Bist doch auf derselben Höhe. Dann hast du die... Jaja, ich habe alle auf derselben Höhe schon schwörten, die sich ja auch nicht verbinden, weißt? Der Landmark steht noch. Oder meinen die 64 x 64... ...irgendwie was anderes. Oder dürfen die Striche nicht irgendwie in der Luft schweben? Das weiß ich nicht. Soll ich das auch noch rausprobieren? Ähm, Juli? Ja. Und du weißt doch nicht, was mit dir ein kleiner Strich ist? Bei mir sind die goldenen Kontakte beides von ausgefilmt. Echt? Ja. Okay. Also bei mir ging da immer nur ein kleiner Strich durch. Das ist so ein kleiner Englischstrich. Ich kann auch an den Textchapack legen. Keine Ahnung. Was da immer anders ist. Das kann ich dir noch nicht sein. So. Boah, ich weiß. Kann ich das? Kann ich das? Kann ich das? Kann ich das? Haben wir noch... Ich hab' ich wo? Und ich hab' ich wo? Ich hab' ich wo. Ich hab' ich wo. Also jetzt gucken wir noch mal. Du... Nee, du sollst nicht an die Dingchen setzen. Kann ich ne Crowvia auch mit der Eisen-Pickaxe abbauen? Äh... Klar, wenn du das mit der Drill machen kannst du das mit der Pickaxe abbauen. Also jetzt pass' auf. Ich hab' hier Koordinaten... Von 164. Das heißt, hier dürfte maximal 100 sein. Was es nicht ist, weil ich weiß, dass er 114 ist. Hier. Hier ist 114. So. Hier ist 114. Hier ist 114. Und hier ist 178. Das heißt, hier dürfte maximal... Aber da ist 129. Die Autos. Das heißt... Und hier ist 212. Und hier ist nun auch... Und hier ist alles! Und das ist auch 212. Das heißt, das kann nicht sein! Ich sehe es nicht, Patti. Ich sage es. Das ist falsch und mach mit dem. Ich checke es einfach nicht. Äh... Das Ding kommt da hin. Dann kommt da... Das Ding hin. Du brauchst ein Minimum von 3. Also, du kannst es benutzen. So. Okay. So. The weight... To a maximum of 64 x 64. Right click on one of the landmarks once. You have placed them in... Placed the query down in one... Of the corners next to a landmark. Which... Then should break... Showing the area. Das Ding labert nur kacke, ganz ehrlich. Das geht nicht. Ey, diese... Es geht einfach nicht. Ohne Spaß, das könnte nicht sein. Alter, ich... ich schieb's nicht. So, jetzt habe ich das so. Jetzt? What? Ah, ich darf's nicht mit Shift platzieren. Alter, diese... wie, ja. Wusstest du das? Ja, klar. Ja, wieso sagst du mir das nicht? Keine Ahnung, du hast ja nicht gesagt, dass du das mit Shift platzierst. Wieso darf ich das... wieso darf ich das nicht mit Shift platzieren? Weil das nicht geht. Wieso denn nicht? Weil die das so sagen, keine Ahnung. Ja, dann kann ich trotzdem... dann kann ich ja das große Areal... Oh... Nein, 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 nein... Nein... Jetzt probiere ich das einmal ohne Shift, Alter. Shit, fuck you. Ganz ehrlich. Jippee! Warte, wenn ich jetzt den jetzt einen Magnetic Engine heran packe... ... dann müsste ich doch eigentlich so vom Strom schwärmen, oder nicht? Torte für 40.000? Nein, 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 nein. Ich pack ja nicht mehr. Ach ja, Juli? Hm. Ich habe hier gerade eben... ... ein Assembly Table was hingebaut gehabt und da war auch bei mir nur ein kleiner Strich in den Leitungen. Und da heißt es, die Golden Pipes kriegen zu viel Energie. Ach, der kleine Strich heißt zu viel? Nein, ich habe bei mir gerade eben eine Steam Engine... ... mal kurz hingestellt habe an den Assembly Table. Ja. Mit Kabel und da war dann nur ein kleiner Strich. Bei den anderen ist bei mir aber ein großer Strich da. Okay. Und das Ding ist voll ausgefüllt. Weil jetzt die kriegen zu viel Energie. Okay. Ja, sowas bei mir nie. Also... Ich habe nichts zum Essen. Cool. Paddy, kannst du kurz kommen und mir Essen bringen? So freut ich. Jetzt kommt die Nachricht. Achtung, dre... 13 Millionen neue Malware. Ja, ist mir egal. Neue Malware. Ist mir sowas von egal. Mein PC leidet nicht darunter. Cool. So, hinblanzieren. Okay. Ja, komm, 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 komm. Ich hab noch ein bisschen was haver. Wieso, komm, 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 komm komm, komm. Na, komm, komm. So, then I can do this. Yes! Are you ready? Yes, of course.